Schönen guten Abend. Wir haben da über Scope, Gültigkeitsbereich und Lebenszeit, also von Umgebungsvariablen gesprochen, haben gesehen, also der Gültigkeitsbereich ist also in der Umgebung, in der wir sind, also in der Shell oder im Skript, und wie lange lebt die Variable? Solange die Shell lebt, gell? Und ja, das ist das eine, gell? Und das andere ist, man kann an aufgerufenen Umgebungen, also an Kindprozesse, eine Umgebung mitgeben. Dafür muss man diese Variablen dann aber exportieren, gell? Okay, und dann nochmal gesagt, wollen wir was ausprobieren. Wir schreiben ein Skript, das uns die Suchpfade ergänzt, gell? Also wenn wir die Suchpfade haben, dann, ja, sind die in der Umgebungsvariable best drinnen, gell? Also Verzeichnis für Verzeichnis durch ein Doppelpunkt getrennt, gell? Und ja, da wollen wir jetzt so ein Skript schreiben, gell? Also ich habe da jetzt eines mitgebracht, AdBase, gell? Und ja, dieses AdBase, das fügt das erste übergebene Argument den Suchpfaden hinzu, gell? Also, ja, was mache ich da? Also ich frage ab, ob die Anzahl der übergebenen Argumente eins ist. Ich sage, ein Verzeichnis wird jetzt zu den Suchpfaden hinzugefügt, gell? Und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn das eins ist, gell, dann, äh, dann mache ich das, sage ich, der neue Suchpfad ist der alte Suchpfad, Doppelpunkt, das übergebene Argument, gell? Ja, dann sage ich noch Export, gell, von dieser Variable und das war's dann, gell? Und das wollen wir jetzt ausprobieren, so. Add. Ah, zuerst gehen wir schauen, was drinnen steht, gell? Also, Error, Dollar, Base, gell? Haben wir schon gemacht. Sehen wir, es sind ganz viele drin und wenn wir da was anhängeln, da muss hinter Snap Bin, muss dann eben unser neues Verzeichnis dann sein, gell? Und das wollen wir mal probieren, da, AddBase. Und ich hänge jetzt einfach mal das Wuchtelverzeichnis hinzu, gell? So, okay, keine Meldung, gute Meldung, gell? Schauen wir mal, Echo, Dollar, Base, gell? Hm, aber es ist nicht da. Hat was nicht funktioniert. Schauen wir mal hinein, hin. AddBase, gell? Und ja, bevor wir es verlassen, machen wir eine Kontrolle, schreiben wir Echo, Dollar, Base, gell? Wir geben also den Suchpfad aus. Ah, so. Okay. Nochmal der Aufruf. Okay. Ja, ist drinnen, gell? Also, scheint zu funktionieren, gell? Also wollen wir es jetzt nochmal ausgeben, da. Ist nicht drinnen. Hm. Also. Ja, da tratzt uns doch jemand. Ist drinnen, aber ist doch nicht drinnen, gell? Wo ist drinnen? Also drinnen ist es im Echo, das innerhalb des Skripts ist. Also im Skript ist das richtig. Aber nachher verlassen wir das Skript. Und wenn wir das Skript verlassen, dann ist nicht mehr drinnen. Und eigentlich ist klar, weil das Skript ja nicht meine Umgebung ist von der Schell, aus der ich es aufrufe. Was muss ich jetzt machen? Ich muss das also jetzt in meiner Umgebung ausführen. Ich muss dafür sorgen, dass das Skript nicht in einer neuen Umgebung ausgeführt wird und dann kehren wir wieder zurück, sondern ich muss das in meiner Umgebung machen, gell? Okay. Und wie kann ich das machen? Das geht. Und zwar kann ich da einen Punkt voraussetzen und dann mache ich den Aufruf, gell? Also einen Punkt voraus und dann der Aufruf wie vorher, gell? Also Punkt, AdMatch und dann Slash. So. Also die Kontrolle innerhalb des Skripts funktioniert. Und jetzt machen wir das Echo außerhalb. Und jetzt funktioniert es auch, gell? Also wenn wir einen Punkt voraussetzen vor dem Aufruf, gell? Und dann kommt der Aufruf, dann wird das in meiner Umgebung ausgeführt, gell? Und dann wird, ja, der Suchpfad richtig gesetzt und er bleibt dann auch erhalten. Weil er nicht in dieser Umgebung des Skripts dann läuft, sondern in meiner Umgebung, gell? Ja, das ist eine nützliche Sache, gell? Und vor allem auch Verständnis, was das Skript ausführt, wenn wir das nicht so aufrufen, gell? Das bleibt in der Umgebung des Skripts, nicht in der Umgebung des Elternprozesses, gell? Okay. Ja, dann gehen wir ein bisschen weiter noch. Und zwar kommen wir zu den Kontrollstrukturen. Und das ist jetzt das, was wir als nächstes betrachten werden, gell? Die Kontrollstrukturen, da gibt es Alternativen, gell? Einfach- oder Mehrfachalternativen, gell? Also das gibt es ja auch in C, gell? Oder in Pascal, gell? Oder in Java, gell? Also, es gibt da so ein If, gell? Oder ein Switchcase oder so etwas, gell? Die heißen hier etwas anders, gell? Auch nicht alle, gell? Aber halt, ja. Und es gibt Schleifen, gell? Und dort wollen wir, ja, so mal diese Standardschleifen machen. Es gibt da noch einiges dazu, gell? Und was interessant ist, es gibt Break und Continue, genau wie in C oder in Java, gell? Und es gibt kein Goto, gell? Also die Autoren der Best, gell, die haben sich gedacht, gell? Also wir führen den Systemprogrammierer nicht in Versuchung, gell? Weil sonst kommt er noch in die Informatikrolle, gell? Also wenn er das Goto einsetzen würde, gell? Also haben sie eine Sprache ohne Goto geschafft, gell? Okay? Ja, und die Schelle ist ja eine sehr einfache Umgebung. Sie hat jetzt ein paar Kontrollstrukturen, gell? Was so fehlt, ist ein starkes Datenmodell, gell? Also wir haben ein sehr schwaches Datenmodell. Wir haben gesagt, wir interpretieren die meisten Sachen wie Zeichen, gell? Und, ja, jetzt fehlt uns etwas, gell? Wir haben in Java oder in Pascal oder in C++ oder in der jüngeren C-Version, so etwas, das man Boolean nennt, gell? Und Booleans, das sind dann auch die Grundlage der Entscheidungen bei Kontrollstrukturen, gell? Wenn man so Bedingungen baut, also Ausdrücke mit einer boolischen Antwort, gell? Und da haben schon die Autoren von C gesagt, naja, das Boolean, das gibt es überhaupt nicht, gell? Weil wir haben im Prozessor keine Booleans, wir haben im Prozessor nur, ja, 0 oder 1 vielleicht, gell? Das implementieren wir dann noch in Hardware, vielleicht in einer Spannung, gell? Und, ja, in der Beistung haben sie dann gesagt, ja, aber das haben wir nicht so, weil wir haben da Zeichenketten, gell? Ein paar ganz andere Gedanken. Und, ja, dann haben sie gesagt, naja, nur Zeichenketten, Zeichenketten und Ausdrücke und Zeichenketten und Bedingungen, das geht nicht gut, nein. Und da haben sie was anderes gemacht. Also, und zwar, wir haben gesagt, die Shell ist ja etwas, wo man Aufrufe macht. Und wir haben ganz viele Aufrufe zur Verfügung. Und wir haben schon gesagt, gell? Also, das mit diesen Exit-Codes, gell? Dollar Fragezeichenabfragen. Das ist nützlich. Weil es gibt ganz viele Programme, die wir verwenden können, um solche Exit-Codes zu definieren. Und das benutzt man dann in den Kontrollstrukturen. Die Kontrollstrukturen benutzen Exit-Codes von Programmen, um eine Bedingung zu erzeugen, gell? Also, es gibt keine Bedingungen wie in C, Java und so, sondern es gibt Aufrufe. Und die Aufrufe haben Exit-Codes. Und diese Exit-Codes, die kann man dann in den Kontrollstrukturen verwenden, gell? Okay, also, die Bedingungen, gell, die sind anders als das, was wir bis jetzt gewohnt sind. Wir haben hier Schleifen, wir haben Alternativen und so weiter, gell? Aber wir haben Aufrufe, Programmaufrufe, und das sind unsere Bedingungen. Und der Exit-Code, gell, der stellt dann die Bedingung dar, gell? Okay, das ist der Exit-Code eines Aufrufes. Der stellt die Bedingung dar, gell? Und, ja, und da gibt es ein ganz besonderes Programm, das heißt Test, gell? Wenn wir da mal schauen, da, man, Test, gell? Oh, und mit Test kann man Dinge überprüfen, gell? Man kann also Bullshit-Ausdrücke erzeugen, gell? So ähnlich wie wir sie schon haben, gell? Die sind noch ein bisschen ungewohnt, gell? Also, da kann man so or, or end, gell? Und man kann also Negation machen, gell? Not, gell? Oder man kann auch auf Zeichenketten was überprüfen, gell? Oder man kann Zahlen irgendwo vergleichen, relational vergleichen, gell? Ist gleich, ist kleiner, ist größer, solche Sachen, gell? Und dann gibt es etwas, das erfreut den Systemprogrammierer. Es gibt Abfragen auf Dateien. Man kann fragen, gell, ob zwei Dateien die gleiche Einnot haben. Und wenn zwei Dateien die gleiche Einnot haben, dann heißt das, dass sie sind gegenseitig Hachtlings, der eine ist Hachtling vom anderen, oder umgekehrt, weil wir können sie ja so nicht unterscheiden, gell? Gell? Oder man kann etwas vom Datum, gell, da abfragen, gell? Man kann fragen, ob eine Datei in New Art, denn die andere ist, gell? Okay? Oder ist die eine älter, denn die andere ist eigentlich älter, gell? Also kann man schauen, wer da jünger und älter ist, gell? Mhm. Ganz ungestraft aus dem Leben, nicht immer auf so Fragen, gell? Okay? So, und man kann den Typ von Dateien abfragen. Man kann fragen, was bist denn du für einer? Bist du ein Block-Device, gell? Oder bist du ein Character-Device, gell? Oder bist du ein Direktor, ein Verzeichnis, gell? Oder existierst du überhaupt, gell? Kann man fragen, ob da dieser Dateiname, dieser Eintrag im Dateiname überhaupt im Dateisystem existiert, gell? Mhm. Okay. Also man kann da lauter solche Sachen machen, gell? Ja, und dann, ja, kleine Übung, gell? Geht's dieses Test mal ausprobieren. Und dann schaut's euch den Exit-Code an. Und der Exit-Code, gell? Der wird dann in Kontrollstrukturen verwendet, gell? Wenn ich da mal frage, gell? Also Test, gell? Minus E, existiert das RUT-Verzeichnis? Ja. Hoffentlich, sagen wir mal, gell? Weil wenn's nicht existiert, dann haben wir ein Problem, gell? Okay. Keine Antwort. Gehen wir mal schauen. Echo. Dollar-Fragezeichen. Null. Ne? Null. So. Jetzt gehen wir einen Blödsinn an. Schauen wir mal. Test existiert. Slash. Bla bla bla. Gell? Ja, auf meinem Rechner vielleicht schon, gell? Aber, oh, jetzt kommt eins. Jetzt gehen wir schauen, ob das wirklich existiert. Gell? Und ich sage, existiert nicht, gell? Aha. Also wie ist denn das bei Test? Null, wenn es existiert, eins, wenn es nicht existiert. Und das ist so. Null ist wahr. Und verschieden von Null ist nicht wahr. Gell? Denn es gibt nur eine Wahrheit. Aber es kann viele Lügen geben. Und dieses Konzept, dass wir Null haben, es passt beim Exit Code, gell? Und verschieden von Null kann dann ein Statement sein, was passiert ist, gell? Und deshalb haben sie definiert, dass Null wahr ist als Exit Code. Und verschieden von Null falsch ist, gell? Ja. Ja, dann probiert es das mal mit Tests. Geht es da ein paar Versuche machen, gell? Mein Test ist eine wichtige Ressource. Und, ja, dieses Test, das brauchen wir dann, wenn wir Shell Scripts schreiben. Amen. 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 Amen.